Liebe Zuschauer, es ist schon wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. In Rheinland-Pfalz wird an einem neuen Landesjagdgesetz gefeilt und das nicht erst seit gestern. Doch die Bemühungen der Jägerschaft scheinen hier endlich Früchte zu tragen. Der Landesjagdverband meldet heute 23 Erfolge und noch drei dicke Bretter, die zu bohren sind. Alle Erfolge, aber auch die Punkte, für die sich der LJV weiterhin einsetzen will, haben wir euch auf unserer Webseite zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt noch ein weiteres Thema, das derzeit vor allen Dingen in den sozialen Medien massiv hochgekocht ist. Pflichtmitgliedschaft jedes Jagdscheinhimmars im Deutschen Jagdverband. Auslöser des ganzen war ein Editorial des Vizepräsidenten des LJV Sachsens, Wilhelm Bernstein, in der Verbandszeitschrift gewesen. Seitdem wird heiß diskutiert. Der DJV bezieht dazu Stellung und weist darauf hin, dass eine solche Zwangsmitgliedschaft von Seiten des DJV nicht geplant ist. So viel können wir euch also zum derzeitigen Stand und in aller Kürze sagen. Wir werden uns aber mit dieser Thematik in der August-Ausgabe der DOZ nochmal genauer auseinandersetzen. Im Landkreis Uelzen im Niedersachsen muss der NABU nicht aktiv auf eine erteilte Abschussgenehmigung für einen Wolf hingewiesen werden. So hat das Verwaltungsgericht Lüneburg entschieden. Der NABU wollte unaufgefordert über sämtliche Erteilungen von artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen vom Tötungsverbot für die Art Wolf aktiv durch die Übermittlung dieser Ausnahmegenehmigungen unterrichtet werden, was der Landkreis Uelzen ablehnte. Dagegen hatte der NABU geklagt. Erfolglos, wie man jetzt weiß. Neuer ASP-Ausbruch in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar in einem Betrieb für Hausschweine. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat den Ausbruch im Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigt. Am Mittwoch waren Hausschweine mit hohem Fieber auffällig geworden. Aktuelles Seuchengeschehen in Wildschweinbeständen wurde bisher nicht festgestellt, sodass sich hier auch erstmal für Jäger nichts ändert. Im saarländischen Saarpfalzkreis hat ein Jäger offenbar einen Giftköderanschlag verhindert. Er beobachtete Montagabend gegen 22.30 Uhr in St. Inberg-Rennstrisch ein verdächtiges Fahrzeug nahe einem angrenzenden Waldgebiet und informierte die Polizei. Und das war wohl offensichtlich auch gut so, denn der von der Streife festgestellte Fahrzeugführer, ein 53-jähriger Mann aus Saarbrücken, hat sich in der Folge weiter auffällig vorgetan, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Die Person habe Fleischreste und Rattengift in geringer Menge mit sich geführt. So viel zu den News dieser Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Weidmannsheil. Musik